Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Humi. Herzlich willkommen zu einem weiteren Klassik-Update-Video, Wrath of Lich King Klassik, um genau zu sein. Und heute möchte ich mit euch ein bisschen drüber sprechen, wieso die aktuelle Lage ist, vor allem auch bei euch. Bei uns stellt sich's folgendermaßen dar. Wir haben ja unsere schöne kleine Community-Gilde auf Giantstalker.eu, auf Horde-Seite, die der gute Rex und die Fussel-Ju und ich zusammen so ein bisschen ins Leben gerufen haben. Der gute Knopf-WOW ist da auch immer noch drin und mit dabei. Und wir haben quasi unsere Communities ja so ein bisschen zusammengeschlossen. Das wisst ihr alles. Das habe ich euch alles im letzten Update-Video erzählt. Wenn nicht, dann schaut das einfach mal zuerst an, damit ihr einfach auf dem Laufenden seid, was abgeht. Ich möchte euch nämlich jetzt berichten, wie dieses Projekt sich entwickelt und entwickelt hat in den letzten Wochen, wie es aktuell aussieht und was wir für die Zukunft auch geplant haben. Deshalb, wo fange ich denn an? Ja, die letzten Wochen. Ich glaube, der letzte Standpunkt im letzten Video war, dass wir so viele Anmeldungen für die 25er-Rades haben, dass wir zwei Rades machen mussten. Das ist im Prinzip jetzt die letzten Wochen so gelaufen, dass der Ben, der Rex, der hat den Haupt-Raid organisiert und da gab es auch immer jede Menge Anmeldungen. Und der gute Knopf-WOW, der Chris, der hat dann, ich meine es war meistens montags oder samstags, ich bin mir nicht ganz sicher, hat er noch einen Puck-Raid veranstaltet. Also da konnten dann alle aus der Gilde mit, die quasi keinen Platz hatten, freitags im Main-Raid für Nux und so und die konnten dann bei Chris im Puck-Raid mit und Chris hat dann einfach sich halt die Arbeit gemacht und hat aufgefüllt mit Randoms und hat da den Raid geleitet. Also so, dass jeder wirklich der Raiden konnte innerhalb der Gilde und der wollte, der konnte halt auch mit. Das fand ich ganz, ganz toll. Shoutout geht raus an beide, sowohl Ben als auch Chris, dass sie sich immer die Mühe machen, die Rades auf die Beine zu stellen, die Leute reinzuholen und vor allem an Chris auch sich mit den Randoms rumzuschlagen. Da hätte ich absolut keinen Bock drauf. Never würde ich einen Puck-Raid aufmachen, never ever. Ja, Shoutout geht raus, dass ihr euch diese Mühe und Arbeit immer macht. Und jetzt wollte ich einfach mal die letzten Wochen ein bisschen rekapitulieren, weil es hat deutlich nachgelassen. Also wir haben inzwischen genau richtig viele Anmeldungen für eine 25er-Gruppe. Es haben sehr viele Leute, haben WoW Wattelkar schon wieder gedroppt, also zumindest bei uns in der Gilde und machen andere Dinge. Und das ist auch völlig fein. Das ist eine Entwicklung, die man oft sieht, nachdem dann der anfängliche Hype ein bisschen nachlässt, nachdem die meisten Leute auf 80 sind und einfach diese Routine reinkommt, wo man nur noch zum Raiden einloggt. Man hat sein Gier aus den Heroics, man braucht keine HC-World-Tour mehr machen, man hat den Ruf bei den Fraktionen, wo man ihn braucht. Und im Endeffekt, man kann entweder PvP machen oder man kann Raiden. Es gibt kein M+, es gibt kein Transmog-Farmen, es gibt nicht viele Mounts in Classic und TPC, die man nachfarmen könnte, selbst wenn man es wollte. Aber die meisten wollen das jetzt auch nicht mehr, weil man hat es ja schon in Retail gemacht. Also es gibt wirklich in Wattelkar-Klassik, finde ich aktuell, die Möglichkeit PvP zu machen und Raiden und ansonsten ist nicht viel. Klar kann man einen neuen Twink-Leveln oder einen Jar-Leveln oder mal Stadt-Allianz-Horde spielen oder Stadt-Horde-Allianz und so. Aber das konnte man halt auch schon die letzten 15 Jahre, 17 Jahre, 18 Jahre. Wir haben den 18. Geburtstag jetzt gefeiert, von WoW. Ja, also das ist auch nichts Neues. Wisst ihr, was ich meine? Klar, generell ist nichts Neues. Das ist ja WoW-Klassik, von daher. Aber ihr wisst, wie ich meine. Im Moment ist wirklich die Situation, man lockt sich ein, man geht Raiden und ja, man lockt sich wieder aus. Und für mich ist das völlig fein. Ich liebe WoW-K nach wie vor. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, freitags mit der Gang zu raiden. Ich freue mich nach wie vor drauf und ich werde es auch durchziehen. Und ich freue mich auch schon auf Uldua. Bei uns ist jetzt die Situation so, dass immer mehr Leute nach und nach, habe ich das Gefühl, wegbrechen so ein bisschen. Wir haben dann wirklich gerade so 25, 26 Anmeldungen für den Freitagabends-Raid. Davon können dann drei nicht, weil jetzt bin ich auf einmal, also einer ist dann krank, einer muss arbeiten und beim dritten ist der PC abgeschmiert oder das Internet oder was auch immer. Und wir kriegen es aber aufgefüllt. Wir fragen dann halt noch in der Gilde, hey, wir haben noch einen Platz, will jemand mit? Oder, hey, Humi, kannst du nicht Jenny fragen, ob die mitkommt? Und dann frage ich sie halt und dann lässt sie sich mal überreden oder auch nicht. Und es ist halt, wir kriegen es zusammen. Also wir haben unseren, unser 25er-Raid und der läuft und der läuft sehr gut. Also wir haben überhaupt keine Probleme mit Vibes oder so. Ich meine, der Content ist kack einfach. Naxx und die anderen sowieso. Und es macht Spaß. Es macht Spaß, sich seinen Bissgier zusammenzusuchen und es dann immer so schön seinen Charakter pflegen, verzaubern, zockeln und so ein bisschen. Also nach wie vor ist bei mir die Motivation gut und beim Rest der Gilde, glaube ich, auch. Wir haben so diesen Dämpfer, weil wir es halt einfach merken, dass ab und zu dann mal jemand nicht mehr kommt und auch sich nicht abmeldet und so. Das gibt es aber ja immer. Das gibt es immer. Und wir planen jetzt einfach so weiterzumachen bis Ulduar und mit Ulduar kommt bestimmt. Ulduar war einer der beliebtesten WoW-Rades aller Zeiten. Ich denke, mit Ulduar kommt bestimmt wieder sehr großer Hype und dann werden auch einige wieder zurückkehren. Natürlich steht Dragonflight noch vor der Tür. Die meisten Leute sind positiv, optimistisch, so, vorsichtig, optimistisch, vorsichtig, positiv. Jetzt haben wir alle drei Worte gemixt. Ihr wisst, was ich meine. Also es kann schon sein, dass da dann nochmal ein kleines Loch kommt, wo vielleicht ein paar Spieler wegfallen oder so. Aber ich denke, wir kriegen das überbrückt. Zumal man Naxx25 ja auch wirklich nicht 25 Leute sein muss. Also da kann man auch mal mit 22 oder 23 rein oder so. Gar kein Thema. Wir werden sehen, wie es kommt. Ich bin allerdings positiver Dinge und ich habe Bock und ich werde dabei bleiben. Und wir haben uns aber im Zuge dessen überlegt, ob wir vielleicht unser Loot-System umstellen, weil momentan machen wir auch die Gilden Raids mit Prio. Also mit dem Sahne-Team Prio 1, 2, 3. Und das ist aber blöd, wenn Leute gehen, weil Prio ist ja mehr oder weniger Zufall. Wenn es droppt, dann dürfen die Leute drauf würfeln, die es auf Prio haben. Aber würfeln ist immer noch Zufall. Das heißt, manchmal kriegt man es manchmal nicht. Es muss auch erst mal droppen. Und wir sind jetzt am Überlegen beziehungsweise am Besprechen einfach mal und vorfühlen, wie es denn wäre, wenn wir ab Ulduar dann wirklich mit DKP-System raiden, also mit einem Punktesystem, dass Leute, die dabei sind und Bosse töten, einfach Punkte kriegen. Ich würde das machen, ich würde die Excel-Tabelle oder halt Google Docs oder was auch immer führen. Und wenn dann ein Item droppt, dann wird es eben versteigert gegen diese Punkte. Da sind wir am Überlegen einfach, dass Leute belohnt werden, die sich regelmäßig anmelden, die sich auch, wenn sie sich abmelden, trotzdem eine gewisse Punktzahl kriegen, einfach für diese Rückmeldung, dass sie nicht einfach nicht kommen oder fernbleiben. Und wir würden das ganz casual machen. Also wir würden nicht hier, du bist im Feuer gestanden, minus DKP, du Wichser. Oder du hast die Gruppe gesprengt, minus 50 DKP. Ich glaube, sowas würden wir gar nicht machen. Da geht es ja gar nicht drum. Wir wollen nicht die Leute bestrafen. Wir wollen wirklich einfach nur ein lockeres System vielleicht, ein ganz großes vielleicht einführen zu Ulduar, dass eben Leute, die dabei sind und regelmäßig dabei sind und die Mühe sich geben und nicht einfach abhauen oder fehlen oder was auch immer, dass die halt einen kleinen Vorteil haben oder dass die belohnt werden dafür einfach. Belohnt werden ist, glaube ich, das richtige Wort. Wir gucken einfach mal. Das wird innerhalb der Gilde besprochen. Wir machen das ganz transparent mit allen. Ich werde für nächste Woche Freitag, wenn wir wieder unseren Gilden-Raid haben, werde ich ein System vorstellen für die Gilde, weil wir haben einige Raid-Member, die das tatsächlich nicht kennen. Das sind so die jungen Seicher. Die haben früher nicht geradet, so wie du und ich. Die waren nicht in Wuttelkar-Original dabei. Die hatten kein DKP. Nein. Für die muss man das erstmal, ich mache ein Beispiel und erkläre das denen und so am Freitag und dann gucken wir mal, wie die Stimmung ist, ob sich das jemand vorstellen kann oder ob wir einfach bei Prio 1, 2, 3 bleiben. Das ist auch fein. Wir machen, was die Mehrheit entscheidet. Das ist gar keine Frage. Und ja, also so ist bei uns aktuell die Stimmung. Die Leute loggen sich ein zum Raiden. Es macht Spaß. Die Gilde ist super, by the way. Also wir haben keinen, der stänkert. Wir haben keinen, der flamet. Keine toxischen Leute. Wir haben einen super entspannten Gilden-Raid, der echt Spaß macht mit coolen Leuten. Shoutout gehen raus an alle in Core. Shoutout geht raus, wirklich. Ich bin richtig, richtig happy, dass wir das gemacht haben auf dem Fresh-Server und so. Also ganz, 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 ganz toll finde ich das, wie wir das aktuell haben. Und ja, ich denke, so viel einfach mal. Kurzes Update. Ich will euch nicht lang totlabern. Im Prinzip ist alles gesagt. Aber ich bin halt gespannt, wie ist es auf anderen Servern? Wie ist es auf Everlook? Weißt du? Großer deutscher Allianz-Server. Wie ist es auf Venoxis? Großer deutscher Horde-Server. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wenn ihr auf einem von diesen anderen Servern spielt. Merkt ihr es auch schon? Wie ist es bei euch in der Gilde? Habt ihr auch schon Schwund? Oder wird es weniger? Oder ist der Hype nach wie vor groß? Oder gebt mir einfach mal ein Bild, einen Eindruck, dass ich mal so sehe, was auf anderen Servern oder in euren Gilden oder was auch immer los ist. Würde mich persönlich wirklich interessieren. Und dann melde ich mich wieder, wenn es was Neues gibt. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bitte bewertet das Video auch positiv, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi und ich bin raus. Ciao, ciao.